Vorstellen, dass ich mal mit einem hier dann zusammen runtergehe. Dass ich sozusagen ein Let's Play Together mache. Weil ich glaube, zu zweit haben wir hier ein bisschen mehr Chancen zu überleben. Stichwort, ich gebe dir Futter. Damit wir beide überleben können. Hallo, ich leuchte mal. So, ein bisschen aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also entweder ist das Lava, was da so brennt. Oder das Ding... Ach nee, ah, das ist Wasser. Oh, und da ist ein Eingang, okay. Moment, das kleide ich auch noch ein bisschen mit Forkeln aus. Weil ich das hier alles auch wiederfinden möchte. Okay, Jungs. Oder? Nee, Moment, noch ein bisschen. Nein, einen noch. Ah, nein, ouch. Scheiße. Nein, 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 nein. Geht kaputt, geht kaputt. Geht kaputt. Du gehst kaputt. Und du gehst kaputt. Okay. Au. Geh weg, geh weg, geh weg. Uiuiui. Das war sehr knapp. Aber wir haben wieder Knochen. Nein, 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 nein. Alter. Meine Fresse, wie viele Funken gibt es hier von euch? Hat er eine Schaufel oder ein Schwert? Geh kaputt, geh kaputt. Alter. Boah. Pack mich an die Füße, ey. Nein. Daneben. Ähm, ähm, ähm. Ich mach mal hier Licht. Oh, da klebt der Pfeil. Daneben. Oh, das wird Schokolade lange dauern. Ähm, 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 ähm. Ähm, dann mach ich mir eben meinen Weg hier weiter runter. Flup, flup. Zack. Zack, 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 zack. Und zack. Muss ja ein bisschen nach stabil aussehen. Stabilo. Äh, ist hier hinten noch was? Nö. Gut. Ich wollte sagen, hat das da so komisch runtergetrafft gerade, so im Augenwinkel? Äh, nein, 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 da. Gut. Äh, da. Da ist Kohli. Da ist Elsen. Hey, Geri, du hast ja Kohle übersehen. Ja, ich weiß. Ähm, nom, nom, nom. Ähm, nom, nom. Boah, wie viele gibt's hier von euch? Mhm, 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 mhm. Nein. Na, egal. Ich hab ja genug. Und wenn, dann mach ich mir noch mehr Steinchen. Zup. Hüpfe, hüpfe, hüpfe. Na. Ih, Lava. Aber das ist eine gute Leuchte eigentlich, ne? Piep, piep. Eine Fledermaus. Pipp. Wo kommst du denn weg? Geh weg. Autsch. Autsch. Ich glaub, ich sollte mir auch mal, nachdem ich Eisen, oah, gefunden habe, oder das Eisen wieder eingeschmolzen hab, jetzt geh doch mal weg. Blöde Ding. Ne, ich werd hier, glaub ich, erst mal einen Haufen Eisen runter, äh, blöde, blöde. Rausholen. Aus dieser Höhle. Und dann, ähm, äh, Moment. Ich pack mir das eben da hin. So, auf eine vier. Und das erst mal alles einschmelzen, damit ich mir eine Rüstung mache. Äh, machen kann. So rum. Oh. Ja, ja. Da ist hier nur alles kaputt. Blöde Vieh. Sonst auch jemand, der mich heimlich überraschen möchte. Ich ertrag das nicht mehr. Diese ständigen Explosionen. Diese ganzen Schreie. Von toden Kindern. Äh, nee, Moment. Entschuldigung. Das war jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Pling. Pling. Ich höre hier doch was. Das Lustige ist bei Creepern, die hörst du ja nicht. Erst im letzten Moment so, pssst. Pssst. Das ist ja so fies an den Viechern. Die hörst du ja erst im letzten Moment und dann so, zbumm. Und du denkst dir, hm, schön. Ich wollte aber noch ein bisschen mehr machen, als hier eben so von einem bösen Creepermann erschreckt zu werden. und ich glaube, unsere Spitzhacke ist gleich hinüber. Och, nö. Obwohl, wir haben ja Holz eigentlich dabei. Ich könnte eigentlich eine neue bauen. Kohle haben wir auch, wie Sand am Meer jetzt gerade. Alter, was ein riesiges Kohleflöts. Hallo? Ach, habe ich mich jetzt einmal drumrum gebuddelt, oder was? Moment, hast du gejuckt? Ui, so. Plupp, plupp. Okay, Kohle haben wir jetzt gerade sprichwörtlich wie Sand am Meer. Boah, hört das nochmal auf? Aber das ist ja eigentlich nur von Vorteil. Da können... Kaputt. Verdammt. Äh, Moment, dann bauen wir hier uns eben so ein Crafting-Tablet. Äh, oh, ja gut, Kohle haben wir wie Sand am Meer, gut, das ist schön. Boah, hier ein paar Blöckchen und eins, zwei und eine Spitz-Aha. Oh, Entschuldigung, Verzeihung, ich habe gerade noch was gegessen. Nein, damit. Äh, Moment, haben wir hier jetzt alles? Ne, einer fehlt noch, gut. Äh, wenn es später in der, äh, YouTube, im YouTube-Video etwas dunkler ist, müsst ihr es mir eben sagen, dann, äh, mache ich das so ein bisschen heller. Aber ich nehme das hier mal als kleines Licht allein. Hm. Also, kohletechnisch werden, wird es uns hier wohl sehr gut gehen. Aber, äh, nichts hinjuckt. Ich will mal gucken. Bling. Ob wir nicht schwimmen. Hallo, Fledermauf. Hallo, Fledi. Och, was ein süßes kleines Dingchen. Och, wie süß. Kaputt. Entschuldigung. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Ich finde die süß. So, jetzt haben wir wenigstens wieder ein paar Fackeln. So, ich wollte eigentlich nach Redstone suchen. Mh, 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 mh. Hey, Katzi. Hi. Du. Ja, brauchst du dich nicht an meinen Stuhl festkrallen. Noch mehr Kohle. Alter, wie viel Kohle gibt es hier? Achso, hoppla. Bist du deppert, ne? Auf Englisch Arjo Busch. So. Boah, willst du mich verarschen? Wir haben jetzt allein, glaube ich, acht Level nur durch Kohle abbauen. Hoke ballert. Dies ist ja Wahnsinn. Also, ich glaube, Kohle haben wir jetzt erstmal genug. Da brauchen wir erstmal nicht mehr suchen. Vielleicht noch Eisen. Wichtiger Werkstoff. Für mich. Oder? Ist das, Moment, ist das noch Eisen? Ja. Bauen wir mal mit einer Fackel Eisen ab. Bock, 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 Bock. Zehn Jahre später. Oh, ich hab's fertig. Okay, hier ist gärnende Leere. Ja, Moment. Na, komm hoch. Komm her. Hüpf. So. Moment, die Katze. Oh, hoppla, da bin ich kurz ans Mikro gekommen. Die Katze, die möchte immer gerne so auf den Schoß hocken. Hi, Jungs. Na, wie läuft's? Nom, 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 nom. Okay, ich brauch nie mehr Essen. Hey, Kumpels. Hm, die sind ein bisschen intelligenter geworden. Die gehen jetzt auch Stufen hoch. Kaputt. Und du auch. Kaputt. Blum, 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 hoch. Wo kam der Pfeil weg? Hilfe. Oh, Katzi, was machst du da? Richtig doch normal hin. Hier, so, meine Güte. Manchmal muss man die auch ein bisschen zu ihrem Glück zwingen. Und jetzt hampelt die wieder hin und her. So. Liegst du jetzt bequem? Blödet Vieh. Muss schwimmen. So. Finde ich witzig, dass da einfach so Wasser aus dem Fels rauskommt. Blub, 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 blub. Äh, waren wir hier schon? Ich glaube nicht. Aber das kleiden wir uns jetzt alles mal mit Fäcken aus. Hallo, Fledi. Äh, hier ist auch wieder ein großes Hundes nichts. Äh, ich glaube von da kam ich, wa? Tadadada. Zack, zack. Ah, nö. Gut. Piep, piep. Ach, da ist der. Da kann Pfeile durchs Wasser schießen, Wahnsinn. Ja, mei, das ist ja Wahnsinn. Jetzt hat er mich gesehen. Au. Geh kaputt, geh kaputt. Ist kaputt. So, ich würde jetzt gerne noch ihm zur Lava hin. Hm. Okay, viel ist da auch nicht mehr. Schade, ich habe mir ein bisschen mehr versprochen. Bin ich ein bisschen enttäuscht von. Ich muss schwimmen. Einfach schwimmen. Einfach schwimmen. Schade, ich dachte, wir finden hier auch noch Redstone. Sonst muss ich mal ein bisschen länger nochmal auf Höhlen-Tour gehen. für das Erste hat es mir gereicht. Obwohl, komm, das Stückchen Eisen noch und das Stückchen Eisen noch. Vielleicht muss ich auch einfach nur tiefer graben. Wie in den Minen von Mordor. Sie haben zu tief gegraben. Grauer Gandalf. Ständig haue ich mir den Kopf wegen den Dingern an. Hüpf. Nein, 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 nein. Ah, natürlich. Ich bin ja auch schlau hier. So. Hüpfe, 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 hüpfe. Natürlich. Hey, Kumpel. Geh mal kaputt. Und reiß meine Fackel mit. Natürlich. Boah, ich mag die Viecher nicht. So, wo geht's denn hier wieder raus? Ich glaub da hinten, ne? Hoppla. Ja. Oh, es regnet. Ein schöner Tag. Mit Wolken verhangen. Wow, so richtig neblig und diesig. Wahnsinn. Ha, cool. Hopp, hopp, hopp. Dann gehen wir mal rein. Oh. Natürlich. Ich hab hier noch kein... Oh. Mein schönes Bett wird nass. Ach, verdammt. Oh, wie das dann nachher schimmelt. Oh. Naja. Okay, ich glaub. Eisenblöckchen... Moment. Halt. Zip, zip. Wie viel kriegen wir da raus? Ein. Achso. Ähm. Zack. Sieben. Na, äh. Halt. Äh, so und so und so. Nein, so. Zack. Ist eigentlich ein ganz guter Tipp, wenn jemand mal viel mehr Kohle braucht. Diese Blöcke, die halten sich ewig. Na, okay, fast, fast ewig. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Block reinhaut und dann ein ganzes Eisenerz, der haut der euch, glaub ich, die ganzen 38 Eisenerz haut der euch durch. Das ist ober Wahnsinn. Dies ist der Rummer. Ah. Okay, zwei Bögen. Können wir, können wir daraus, ah, cool. Geil, daraus können wir einen neuen bauen. Ah, hätte ich das mal gewusst. Okay. Also ich würde sagen, das war es erstmal von unserer Höhlen-Tour. Es war eine recht kurze, es tut mir leid, aber, äh, sehr viel Zeit habe ich leider auch nicht mehr. Ähm. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Schön bei Regenwetter. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Minecraft. Wir gehen ab in der Höhle. Hoffentlich mal bei besserem Wetter, aber ich glaube, das, ouch, wird sich erstmal nicht bessern. Äh. und, äh, ich würde sagen, wenn dir das Video ein bisschen gefallen hat, dann würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Oder du schreibst mir, äh, schreibst mir in die Kommentare, was dir gefallen hat und was nicht. Wenn du mehr davon sehen möchtest, schmeißt dir ein Abo rein. Kostet dir nix. Und freu, würde mich sehr freuen. Und, äh, ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge Minecraft. Wenn es heißt, ab in der Höhle, wir nehmen, wir werden zu tief geraten. Ne, gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Gergie. Dein Gergie. Vielen Dank.